Heute besuchen wir die Insel Mainau und haben die Kassen schon hinter uns gebracht und die Massen sind vor uns. Mal sehen, was uns der Tag bringt. Auf zum Schmetterlingshaus. So viel zum Thema Schmetterlinge. Hier haben wir ganz viele Schmetterlinge. Die Drucksäcken und so weiter. Die Leben. Ich werde jetzt schon mal Milch schreiben. Hier ist ein Hitz hier drin. Ein Schloss gibt es hier auch noch. Die Erdkugel in Blumenform. Da haben sie anscheinend zwei begraben. Und zum Abschluss noch ein Getränk. these sind erstmalig die Gästellen. Hier каких sind die Bemerkungen an zu geriven Kommen zu kommen? Stellen sie in sich die Gäste aus.